So meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video. Danke fürs Einschalten, herzlich willkommen, wir legen direkt los. Interessante Nachricht hier als erstes von unserem ganz neuen geliebten Umweltminister oder Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen. Und er hat ein Interview exklusiv geführt mit der Bild am Sonntag, was allerdings ein Plusartikel ist, deswegen haben wir jetzt hier mal einen kleinen Ausschnitt davon in der Welt. Und so heißt es, Zitat, viele Bauern stehen in den Startlöchern, um Hanf anzubauen. Und da erdreiste ich mir nicht einer Meinung, ob das wirklich so ist, ob viele Bauern sagen, jo, das können wir machen, ja, das möchten wir machen und wir sind dafür auch bereit und so weiter. Aber ich weiß, weil ich selber hier auf dem Land wohne und den einen oder anderen Landwirt kenne und genauso weiß ich auch, weil ich es per Instagram von zahlreichen Bauern immer wieder zugeschickt bekomme, dass sie unzufrieden sind. Dass sie unzufrieden sind mit der Politik, die landwirtschaftlich gesehen in Deutschland seit Jahren gemacht wird. Und was Cem Özdemir jetzt hier erzählt, von wegen, dass die Bauern da so glücklich drauf sind und sich freuen, hier Hanf anzubauen, sei mal dahingestellt. Denn ich sehe da ganz andere Probleme, die wir in Deutschland aktuell haben. Aber genau so geht nämlich Cem Özdemir auch noch darauf ein und so betitelt die Bild am Sonntag das Ganze nämlich, Zitat, hat keine Ramschpreise mehr für Lebensmittel. Und das ist nämlich ein Punkt, den Cem Özdemir auch angesprochen hat, den er bekämpfen möchte. Er möchte gegen Billigfleisch vorgehen. Und grundlegend ist das ja in Ordnung, dass da eine anständige Tierhaltung passiert. Keine Massentierhaltung, dass die Tiere da nicht irgendwie mit Antibiotika vollgepumpt werden, alles drum und dran. Also in der Fantasie ist das ja alles gut und schön, dass wir alle gemeinsam im Utopia leben, dass wir zum Bauern gehen und holen uns wirklich ein gesund gezüchtetes Tier, das dann geschlachtet wurde auf eine ganz tolle Art und Weise und genießen dieses Fleisch dann. Das schmeckt definitiv besser, gar keine Frage. Wie gesagt, ich komme vom Land und kaufe auch gerne Mahl. Mahl ist der wichtige Punkt. Ganz, ganz frisches, teures Fleisch. Und da sind wir nämlich auch beim Punkt. Warum ist das so teuer? Weil es natürlich einen ganz anderen Werdegang hat einfach. Aber wenn du dann zum Supermarkt gehst und kaufst dir für ein, zwei Euro ein bisschen Aufschnitt, ist das halt was anderes, als wenn du es dir an der frische Theke holst und da zahlst du direkt mal 2,30 Euro, 2,80 Euro, vielleicht sogar 3,50 Euro für die gleiche Menge davon. Oder gar noch mehr beim Metzger. Warum kommen denn immer mit solchen Ideen die Leute, die exöbitant mehr verdienen als wir durchschnittlichen Bürger? Das ist doch die grundlegende Frage. Ein Landwirtschaftsminister in Deutschland verdient über 100.000 pro Jahr. Ja klar, wenn ich über 100.000 pro Jahr verdienen würde, würde ich bestimmt auch hingehen und deutlich öfter oder überhaupt regelmäßig bestimmt frischeres Fleisch kaufen, weil ich es mir leisten könnte. Dann sieht das nämlich bei 2, 3 Euro gar nicht mehr so krass aus, wenn du dein monatliches Salär von 8.000 oder 10.000 Euro brutto hast, dann stehst du auf einem ganz anderen Niveau. Aber das trifft doch nicht den durchschnittlichen Bürger, ist doch das Krasse. Der durchschnittliche Bürger mit seinem Bruttoeinkommen von 2.200, 2.500, ich habe es nicht auswendig im Kopf, für den ist es halt immens viel. Besonders in Verbindung damit, dass wir mittlerweile 30, nicht mehr 30, sondern eher 50% für eine Miete monatlich bezahlen, plus Nebenkosten, die dann auch dazukommen und dann eben halt Haushaltskosten, wo die Lebensmittel drunter fallen. Und dann zusätzlich haben wir aktuell ja auch noch eine Inflation von über 5%. Guckt gerne drüben im Olli-Investiert-Kanal vorbei, da habe ich gerade in den letzten zwei Wochen zahlreiche Videos zur Inflation gemacht, wie wir hier über den Tisch gezogen werden, komplett für dumm verkauft werden, was die EZB hier auch macht oder was sie nicht macht, dass sie gegen die Inflation einfach mal vorgeht. Aber nein, das passiert ja einfach nicht. Aber ihr könnt ja eure Meinung zu den Themen gerne mal unten reinschreiben, was ihr davon haltet und von diesen Vorschlägen von dem Herrn Özdemir. Aber dazu dann auch noch passend ist hier Weisgard24 bei Twitter, Zitat, Und das bedeutet auf Deutsch, Polen wird hingehen und ab dem 1. Februar 2022 keine Mehrwertsteuer mehr auf Essen erheben. Und das musst du dir mal reinziehen, was da passiert, was das für eine tolle Sache ist. Nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem Cem Özdemir, der ja gegen Billigfleisch ist. Ja klar, das kann man ja umsetzen. Dann wird das Fleisch aber teurer. Wo ist denn die Forderung oder die Idee von dem Herrn Özdemir, der dann auch gleichzeitig sagt, okay, das können wir machen, dass die Leute gesünder sich ernähren, dass die gesünderes Fleisch essen. Im Umkehrschluss müsste man dann aber auch hingehen, den Preis so irgendwie senken, den VK, also den Verkaufspreis für den Kunden. Und das könnte man doch machen, indem man die Mehrwertsteuer einfach senkt. Dann wäre das Produkt schon zack um die Mehrwertsteuer von 19 Prozentpunkten günstiger. Ganz einfache Methode. Aber nein, das passiert hier einfach nicht. Hier geht es nur darum, hier möchte man, so interpretiere ich das ganz klar für meinen Fall, wieder eine Erziehung der Grünen machen, eine reine Verbotspolitik, die hier gemacht wird. Weil wenn es zu teuer ist, was wird passieren? Du wirst es dir nicht mehr leisten können. Also wirst du es dir auch nicht mehr kaufen. Und das ist das Prinzip der Grünen. Es zieht sich ja ein roter Faden durch, deren Politik und Vorgehensweise, die immer wieder darauf hinausläuft, verboten, mit teuren Preisen zum Beispiel auch gemacht. Und schon wird es nicht mehr der Pöbel sich leisten können. Als nächstes habe ich einen interessanten Artikel über Guido Westerwelle von der FDP in der Welt gelesen. Zitat, der Mann, für den die Freiheit unverhandelbar war. Und ich muss ehrlich gestehen an dieser Stelle, ich habe den Guido Westerwelle nie so präsent und so richtig krass auf dem Schirm gehabt. Auch wenn er natürlich hier als ehemaliger FDP-Chef und auch Außenminister wirklich eine große Rolle schon in Deutschland gespielt hat. Aber, ich weiß nicht, ich habe es irgendwie gar nicht so richtig verfolgt zu der Zeit. Ich kann es gar nicht richtig einschätzen. Aber was ich in den letzten Monaten an YouTube-Videos mit Reden von ihm im Bundestag und auch auf einer Veranstaltung gesehen habe, traumhaft. Ganz ehrlich. Zum Beispiel ein Zitat von ihm. Freiheit stirbt immer zentimeterweise. Und ich finde diese Aussage so passend. Die ist so passend für die aktuelle Situation. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Weil wenn man sich anguckt, was gerade in unserer Gesellschaft hier passiert, die Freiheit stirbt gerade vielleicht so nicht zentimeterweise, sondern meterweise, könnte man sagen. Und im Gegenteil, die Mehrheit in Deutschland, muss man ganz klar sagen, schreit sogar danach, dass sie noch mehr sterben soll. Also das ist doch die Realität. Das ist doch die Realität, dass den Leuten es gefällt, nee, darum auf der Seite, Grundgesetz, dass den Leuten es gefällt, wie das Grundgesetz eingeschränkt wird, dass über Maßnahmen diskutiert wird, die absolut unfassbar sind, wie ich persönlich finde. Also deswegen finde ich diese Würdigung von Guido Westerwelle sehr, sehr gut. Und ihr könnt ja eure Meinung zum Guido Westerwelle gerne mal unten in den Kommentaren reinschreiben. Also was ich, wie gesagt, an Reden von ihm gesehen habe, ganz toll. Weil wenn man ihn auch mit Christian Lindner, kann man ihn meiner Meinung nach nicht vergleichen, weil das ist ein Niveauunterschied, der ist schon ziemlich groß, da ist eine ordentliche Diskrepanz. Denn meiner Meinung nach mit einem Guido Westerwelle in der Position des Christian Lindners würde es die Ampelkoalition nicht geben. Und hat er nicht die Ampel damals sogar einmal abgesagt, wenn ich es richtig im Kopf habe? Da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ich meine sogar ja. Und dementsprechend so, oder die Transformation der nicht mehr libertären Partei oder liberalen Partei der FDP, wie der Christian Lindner es gerade macht, Pflicht vorher? Nein, 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 keine Diskussion mit uns nicht notwendig. Jetzt aktuell, ja, die brauchen wir. Solche Sachen hätte es mit Guido Westerwelle meiner Meinung nach nicht gegeben. Aber schreibt auch meine unten rein. Als nächstes habe ich jetzt hier noch ein interessantes Posting von Jörg Schindler, das ist der Bundesgeschäftsführer von der Partei Die Linke, gesehen und Zitat, Mindestlohn steigt 2022 um magere 22 Cent, 2,1 Prozent. Die Inflation lag dagegen im Dezember bei 5,1 Prozent. Die Diätenerhöhung war der Ampelkoalition wichtiger als die kurzfristige Erhöhung des Mindestlohns. So lässt sie die Menschen mit Mindestlohn mit einer Kürzung ihres Reallohns allein. Und das ist doch wirklich genau das grundlegende Problem, was wir haben. Angeblich, oder es wird dann ein bisschen was erhöht und da was gemacht, aber durch andere Kostenpunkte, CO2-Steuer und so weiter und natürlich auch eine Inflation, die gerade durch die Decke geht, guckt den Olli-Investiert-Kanal gerne an, der Hinweis nochmal, da siehst du doch einfach, was daraus die Folgen sind. Und entweder, da gibt es nur zwei Möglichkeiten meiner Meinung nach bei den Politikern. Etwas interessiert sie nicht oder sie nehmen das absichtlich einfach in Kauf und denken, ja gut, die große Masse wird das eh nicht verstehen und eh nicht nachvollziehen können, was hier eigentlich Sache ist und die freuen sich dann drüber, haben ja mehr Lohn. Und ihr wisst das ja aus meinen Livestreams oder auch aus meinen Videos, die ich dazu gemacht habe vom Wahl-O-Maten. Und bei mir gibt es eigentlich immer nur die, ich sage mal, ohne es böse zu meinen, die Extreme. Entweder ich interessiere mich sehr, sehr stark für eine Partei wie die Linke oder auf der anderen Seite, ich bin in einigen Punkten sehr d'accord mit der AfD beispielsweise. Und hier bin ich grundlegend mit dem Herrn Schindler einer Meinung, dass ein Mindestlohn zu gering ist. Natürlich, keine Frage, definitiv ist das zu gering. Und ich gucke mir das gerade hier bei dem DGB Deutscher Gewerkschafterbund nochmal genau an, wie das nämlich geplant ist in Zahlen. 2022 soll im ersten Halbjahr der Lohn um satte 12 Cent, äh sorry, 22 Cent im ersten Halbjahr steigen. Im zweiten Halbjahr dann nochmal hier um ein paar weitere Cent auf 10,45 Euro. Ja, das ist zu wenig zum Leben, gar keine Frage. Es ist aber ein Fehler, den Mindestlohn überhaupt zu haben, meiner Meinung nach. Was wäre denn sinnvoller, ich möchte ja auch gerne hier dazu beifragen und interessante Ansatzpunkte bringen, über die man diskutieren muss. Man sollte hier hingehen und geringere Einkommen anders besteuern, als sie es aktuell werden. Es kann doch nicht sein, dass eine alleinerziehende Mutter zwei Jobs machen muss, um ein Auto zu bezahlen, um Kindern noch ein paar Schuhe, vielleicht auch mal irgendwie ein Ferienlager oder sonst was bezahlen zu können oder auch andere schöne Spielsachen oder einen Ausflug oder sonst was. Es gehört sich nicht für ein Land, in dem es eigentlich wirtschaftlich so gut geht, wie es uns hier geht. Wir sind eines der erfolgreichsten Länder der Welt, das muss man sich überlegen. Die gesamte Automobilindustrie ist ein riesengroßer Treiber in Deutschland, auch wenn sie jetzt nebenbei gesagt komplett kaputt gemacht wird. Aber der Ansatzpunkt, hier hinzugehen und die Unternehmen zu zwingen, da mehr Geld zu bezahlen als Lohn, ist meiner Meinung nach der falsche. Man sollte einen anderen angehen. Aber doch offen zur Diskussion unten in den Kommentaren, das freut mich sehr. Abonniert den Kanal gerne, wenn ihr neu seid, das freut mich. Alles bleibt scheiße, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.